Hallo, ich höre immer wieder, dass Schminken teuer ist oder dass ihr nicht genau wisst wie und ich habe auch ziemliche Schlupflider. Deshalb wollte ich euch mal zeigen, wie ihr mit ganz einfachen Sachen aus jedem Drogeriemarkt einfach ein ganz schnelles Make-up machen könnt. Da habe ich zum Beispiel zum ersten den Löscher von Maybelline. Da kann man Rötungen super abdecken. Und er löscht auch so kleine Fältchen. Man kann diese dunklen Stellen hier, so. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Rötungen habt, deckt super. Dann habe ich hier von Müller, der ist sogar bio, also den kann man essen, einen Lippenstift. Die Farbe heißt Matt Endless Love. Und den könnt ihr auch gut hernehmen, so ein bisschen als mehr frische. So, sieht doch schon völlig anders aus, oder? Dann habe ich hier für den Lidstrich, ich mache nichts unter die Augen, weil es meine Augen noch verkleinert, von Und Gretel. Ich benutze eigentlich nur Naturkosmetik, wie ihr merkt, fast. Und den habe ich schon seit einem halben Jahr, ist ein bisschen teurer, aber und Gretel hat die Preise nach unten gesetzt. Sag mal schön. Genau, und mit ein bisschen Übung kriegt ihr da einfach einen schönen Lidstrich, der die Augen öffnet. Und als letztes habe ich hier eine Wimperntusche, die ist von Gigi Naturell. Ich habe das übrigens alles selber gekauft. Und ihr merkt, das Ganze hat jetzt ungefähr zwei Minuten gedauert. Und ich sehe schon etwas anders aus, oder? Also, ganz schnell geschminkt, teilweise mit Naturprodukten, also hauptsächlich, und also mit Biokosmetik. Nur in zwei Minuten.